Herzlich willkommen zur Lektion Grundlagen des Arbeitsschutzes der Unterweisung zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Normalerweise beschäftigen Sie sich ja eher mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden von Patienten. Aber dabei ist es wichtig, Ihre eigene Gesundheit und Ihre Sicherheit nicht außer Acht zu lassen. Nur wenn Sie sichere Arbeitsbedingungen vorfinden und auf sich selbst achten, dann können Sie auch das Bestmögliche für Ihre Patienten erreichen. Nicht nur deswegen ist der Arbeitsschutz wichtig. Sie haben als Arbeitnehmer das Recht, Ihre Tätigkeit sicher durchzuführen. In dieser Lektion erfahren Sie, welche rechtlichen Grundlagen der Arbeitsschutz hat und wie der Arbeitsschutz grundsätzlich organisiert ist. Nach Abschluss der Lektion wissen Sie, welche Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten existieren und was Sie grundsätzlich beachten müssen. Es gibt verschiedene Formen des Arbeitsschutzes, die alle das Ziel haben, einen ganzheitlichen Arbeitsschutz zu gewährleisten. Unterschieden werden allgemeiner, technischer, medizinischer und sozialer Arbeitsschutz. Beim Arbeitsschutz stehen generell Gesundheit und Leben der Arbeitnehmer im Zentrum der Überlegungen und Schutzbestimmungen. Die Arbeit muss entsprechend der Arbeitsschutzbedingungen gestaltet werden, nicht die Arbeitsschutzbedingungen nach der Arbeit. Das bedeutet auch, dass die Arbeitsverfahren an Schutzbestimmungen anzupassen sind. Dürfen beispielsweise bestimmte Chemikalien nicht eingesetzt werden, dann müssen diese durch andere Stoffe ersetzt werden. Das gilt auch dann, wenn ein Verfahren dadurch teurer oder komplizierter wird. Das Ziel des Arbeitsschutzes ist generell, die Arbeitskraft der Mitarbeiter zu erhalten. Aber Arbeitsschutz ist keine Einbahnstraße. Die Mitarbeiter müssen die Sicherheitsvorschriften einhalten. Sonst ist sogar die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses möglich. Zum sozialen Arbeitsschutz zählen die Sicherheitsvorschriften für spezielle Personengruppen oder Arbeitssituationen. Der Mutterschutz, der Jugendarbeitsschutz, die Arbeitszeitvorschriften, der Kündigungsschutz und die Lenkzeitenregelungen sind Beispiele für den sozialen Arbeitsschutz. Werdende Mütter und Jugendliche genießen einen besonderen Schutz. Beim technischen Arbeitsschutz stehen die Arbeitsmittel im Mittelpunkt. Risiken, die im Zusammenhang mit Arbeitsmitteln bestehen, sollen vermieden werden. Es geht dabei zum Beispiel um Gefahrstoffe, Chemikalien, Produkte und Anlagen, Medizinprodukte, Röntgenstrahlen oder auch biologische Arbeitsstoffe. Die Aufzählung zeigt, dass im Gesundheitswesen relativ viele Risiken in diesem Bereich gegeben sind, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht vermuten würde. Egal, ob Sie in der Hauswirtschaft als Reinigungskraft tätig sind oder ob Sie in einem Labor oder in einer Arztpraxis arbeiten. Sie nutzen Arbeitsmittel, von denen Gesundheitsgefahren für Sie ausgehen können. Deswegen müssen Sie die entsprechenden Schutzvorschriften kennen und beachten.